day in the life of goldman sachs investment bankers intern in new york okay er war praktikant dann gucken wir uns mal an was der gute mann bei goldmann in new york erlebt hat spoiler safe 100 stunden woche and in this video i want to break down a day in the life of a goldman sachs intern so just to give some context i previously worked a goldman sachs in their investment banking division as for the internship itself it was about 10 weeks long das ist also quasi so ein praktikum das dauert zwischen sechs und zehn wochen üblicherweise ganz klassisch geht für uns europäer gehen wir meistens nach london also wird es in london gemacht wirklich hunderte leute gleichzeitig machen alle großen amerikanischen banken und auch alle sonst nicht amerikanischen in investment banken genau da wirst du einmal durchgeschleust entweder aber zu einem department oder also in einer abteilung oder in mehreren abteilungen und arbeitet quasi wie ein analyst also wirklich wie quasi dieses einsteigermetier im investment banking now before we get into a day in the life i do want to mention that a goldman sachs within their investment banking division there is actually a split between advisory and finance ja ist meistens so ne hast du den meisten banken also das eine ist die beratung börsengänge mna was auch immer und financing ist halt finanzierung von geschäften so in advisory these are things like mna aktivism defense restructuring whilst aktivism defense is nice also wenn man da mal daran arbeiten kann das ist bestimmt ziemlich spannend das ist um firmen quasi gegen aktive hedgefonds investoren oder aggressive übernahmen oder sowas zu schützen und zu beraten und zu überlegen wie man das verhindern kann sehr sehr spannender bereich what's called financing has to do with structure finance leverage finance equity offerings other things like that so basically financing is more tied to the financial markets meaning that they do have to come a bit earlier and finish maybe a bit earlier so ganzen trader und so weiter die müssen sich halt nach den marktöffnungszeiten richten all right so let's get into the day in the life on average i'd say was around 15 to 16 hours that i worked every day that said because i was on the financing side i did come in slightly earlier at around 7 15 7 30 all the way to around 11 30 i'd obviously take a couple breaks here and there to grab coffee or have lunch or dinner if i wasn't too busy say also 16 stunden tage ja ist relativ üblich ja bis er vor 30 rum okay das ist also für financing side ist das schon sehr sehr sportlich habe ich auch 16 stunden tage hatte kam auf die projekte an war nicht so wild wie wie bei goldmann dass es nonstop ist aber klar war auch teilweise mehr also je nachdem wie wie bisher die projekte waren jetzt auch mal bis zwei drei vier uhr morgens im büro oder so aber es ist wirklich sehr selten also je nachdem wie gesagt wie die projekte sind so i typically would aim to get up around 6 30 and by 7 15 i did aim to be at the office i only had a short commute because i was living in a short commute sagt er aber trotzdem eine stunde der stundenlohn ist lächerlich das ist klar ja da bin ich d'accord also niemand arbeitet dort für den stundenlohn sondern nur für die gesamte kompensation dann at 7 15 to around the 8 30 this was time for me to catch up on my emails and then start start to do some research as i had a presentation every morning at 8 30 which we actually alternated between interns it was essentially a market update right so it was basically in front of the whole team and we had to debrief them on a couple things that had happened the night prior or what to expect during the day so it would take me about an hour to actually find the relevant news and typically i would do it on bloomberg if you haven't heard it's called the bloomberg terminal and that's basically the financial news platform that everyone uses it's really pricey it does cost around 24 000 a year yeah genau das ist ziemlich nice also wenn du in der market side bist also auf auf dem floor hast du einen eigenen bloomberg terminal und bloomberg terminal ist natürlich mega mega nice da hast du wirklich alle informationen die du brauchst du brauchst da brauchst du nicht so ewig rumsuchen deswegen bin ich manchmal so ein bisschen bisschen lost wenn ich irgendwelche informationen so normal free im internet so umwelt ich hatte ein reuters thomson reuters terminal und ja die dinger sind super teuer 24.000 euro pro jahr gut die gehen natürlich ein bisschen günstiger also für große investment bank die kriegen sie wahrscheinlich bessere deals aber genau das kriegt da also beim ich glaube auf dem trading floor kriegt das jeder mitarbeiter das ist schon sehr 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 nice and there i would look at things like how the interest rates have moved because that's going to affect the different types of things like equities bonds derivatives not just in the u.s. but also in other markets where we might be working then something else might be political things right so for instance there's an election happening at a certain point i do want to try to mention that and see how that might affect the markets ich beklage nicht über meine 40 stunden woche ja im endeffekt geht es nicht darum leute wie viele stunden die arbeit darum geht es wirklich nicht es geht darum ob es spaß macht was man macht und dann dann vergeht die zeit sowieso weil guck mal selbst wenn ihr einen acht stunden tag habt und dann nach hause geht dann seid ihr eh zumindest noch mal vier stunden am pc oder so was oder auf dem handy oder sonst was ja dann geht es ja quasi weiter okay man muss jetzt nicht aktiv was arbeiten und so aber wenn man aktiv was arbeitet geht die zeit schneller rum als ich meine ausbildung zum bankkaufmann gemacht habe ist die zeit einfach nicht vergangen und ich hatte eine 32 stunden woche oder sowas ja ich habe mir quasi beide in den bauch gestanden und es war todes langweilig und ich bin nach hause gekommen ich war müde ohne ende weil du nichts zu tun hast und in der bank hatte ich abends sogar probleme einzuschlafen weil ich so excited war weil ich auf so nicen projekten und so gearbeitet habe dass du dann erst mal abends ein bisschen runter kommen muss ja es geht nicht um die zeit es geht darum ob das spaß macht was man macht und dann dann vergeht die zeit automatisch also das ist das wichtigste und deswegen werdet ihr auch leute finden die sagen investment banking voll der scheiß katastrophe und deprimiert mich und ich will das niemals machen und ausbeute und so weiter und andere die sagen wow es gibt kein environment wo ich so krass viel in so kurzer zeit lernen kann hammer so between nine and eleven i would usually be on my desk and actually get started with the work that i might have and just to give you a bit of background basically within the investment banking division there is different hierarchies obviously the summer analysis at the very bottom me in this case and after you get the analyst sind dann die die vollzeit eingestellt sind also meistens machst du solche praktika um danach eine analysten stelle zu bekommen also hatte ich es ja auch gemacht und ich hatte erst ein praktikum gemacht war kein summer intern sondern war in paris das waren sechs monats praktikum sogar ziemlich lang habe dann als analyste in derselben bank angefangen then you get what's called an associate then a vice president and lastly a managing director so pyramiden systemmäßig also nicht system aber pyramidal aufgebaut sehr viele analysten bisschen weniger associates weiß präsent ungefähr gleich für managing directors kommt so basically most of the interactions i had were with analysts and associates so for instance i would have a powerpoint ready for the analyst and he would give me a couple corrections which i would then take on during that so geil wenn man analyst ist und seine powerpoints und excels guten interns geben konnte gute praktikanten ändern echt das leben ja in der investment bank es macht so einen unterschied und da die analysten die in der regel selbst rekrutieren also zumindest war das bei uns so gewesen hast du dir ziemlich irgendwo hingebissen wenn wenn du die falschen rekrutiert weil das hieß dann für dich dass du länger bleiben darfst musstest dann quasi die arbeit machen die dann praktisch geschafft hat oder nicht hinbekommt and they might be things like hey instead of putting a pie chart here let's try a column chart because that's probably gonna be more better representation of the data or hey make sure you check this number again it doesn't quite look right to me and other things like that mainly kind of combining excel and powerpoint and let's say that on a good day i'll just be able to actually do the work but sometimes because basically everyone on top of me is my boss if you're somewhere analyst there's all sorts of of things that come up and people might ask some for some urgent help last minute before their meeting at 12 or something and so it's not always that smooth say gibt immer interruptions und ziemlich viel action was auch mal schnell ein bisschen druck kreieren kann and between 11 and 12 i'd usually get on some internal calls with some of the senior bankers where basically they'll be talking about what's called a live deal so a deal that's ongoing at the moment where they might be getting some help from the research team and kind of see the economic forecast and what that's looking like we're talking with people from other offices right like say the san francisco office to see if they have any any previous work with this client ich war in einer deutlich kleineren bank gewesen als goldman sachs da hatte ich halt wirklich den vorteil wir waren ein team von 20 im mna gewesen das ist halt ziemlich cool gewesen dass ich alles von vorne bis hinten mitgekriegt habe also ich war wirklich auf den calls mit den obersten in der hierarchie von unseren kunden mit dabei unser managing director hat mich überall also hat uns überall mit reingenommen das war schon ziemlich cool du kannst dann direkt ab dem ersten tag in die meetings wobei so banken wie goldmann oder so kannst kommst als analyst nie in irgendwelche kunden meetings rein in der regel ja ich weiß jetzt nicht ich kenne nicht jedes goldmann team in deutschland was wir ziemlich viel machen müssen als praktikanten auch und später als analysten ist summaries machen die franzosen lieben call summaries ich habe das gehasst wie sau aber wenigstens lernt man wenigstens lernt man was dabei weil du denkst du hast so ungefähr verstanden was in den conference call gesagt wurde aber im endeffekt hast du gar nichts verstanden und in der regel haben ist dann immer hier mit dem handy aufgezeichnet also so offen auf den tisch gelegt und mit aufgezeichnet und dann genau noch zwei dreimal oder so gehört bist du wirklich alles verstanden als die ganzen details und schreibt dann halt eine summary so you just take notes of the meeting and ideally you want to have them ready that when the meeting is over you send them up as say some kind of a debrief for the meeting so once the meeting is over between 12 and 1 here is basically where i'm supposed to summarize the email and send it out so that maybe takes me half an hour to do so between 1 and 1 30 i just put lunch for now to be honest that varies a lot lunch time varies a lot depending on your workload whether you have meetings and other things like that are my words sometimes i couldn't really eat der trick ist eigentlich immer so ein schokoriegel oder so in der in der schublade zu haben das mal just go down to the cafeteria they had which was a couple floors down and just get food to go so actually just eat it in front of my desk i know it sounds a bit depressing but that's pretty much what everyone did at least everyone on my level so i thought it was just a normal thing to do so as you can see there's no fancy champagne parties or anything like that no wolf of wall street kind of stuff for it ja das ist schon gerüchtig ich glaube das war mal eine zeitlang so und so weiter als man noch großes geld verdienen konnte wenn sowas aber ich glaube die banken sind heute ein bisschen professioneller geworden die 30 is when i actually get the edits done so suppose the analyst previously told me to change the slide to something a bit different and we change those graphs and double check the numbers so that's what i would do and basically this time i would pass it on to the analyst the analyst would say it's okay then it would go up the ladder it was dann immer einmal die komplette hierarchie hoch und kommt dann wieder runter und die zeit wo es wieder unten ist mit allen kommentaren also bei dir auf dem tisch ist es schon nacht if it's all good that's that but usually there's some comments so it goes back falls back down to me and i have to make some other minor changes before i can send the backup ja hört sich sehr effizient dann schreibt einer ist vermutlich ironie gemeint aber nein tatsächlich ist es echt effizient also es macht keinen sinn dass ein vice president eine präsentation baut der hat einfach viel zu viel erfahrung und würde super viel zeit darauf verlieren eine präsentation zu bauen der intern fängt an das wird dann verbessert durch den analyst und so weiter und je höher die hierarchie hochgeht desto weniger zeit investieren die leute die dann halt in den entsprechenden hierarchiestufen sind ja ich habe auch immer gedacht boah wie unnötig und warum machen die das nicht direkt und so die können erstens mal auf powerpoint nicht so gut umgehen wie interns weil die interns machen das 24 7 und die analysten sowieso und es ist auch nicht der job der managing director sagt wie die slides haben will und die werden dann unter ihm produziert beziehungsweise managing director braucht nicht mehr slides ja der kann einfach so erklären aber es ist dann halt für den kunden also es ist schon es ist schon sinnvoll ja wer tut sich so was freiwillig an ist es es ist wirklich es klingt gar nicht so schlimm wie es ist also wenn man jetzt nur an excel slides denkt aber im endeffekt das interessante ist ja das was auf den slides passiert die informationen wo man die herkriegt diese zusammenhänge zu verstehen der austausch mit wirklich leuten die schon seit jahrzehnten in diesem beruf sind between 3 30 and 4 30 there might be a client meeting and this is fairly ordinary as in every two weeks or something like that and usually on goldman's side it would be the associate the analyst and myself and we'd be talking with to the client seeing how how it's going how the proposals coming up coming along and other things like that so really just kind of a checkup in a way and as for what i was doing there well you guessed it i was just taking notes taking notes debriefing and maybe looking up a number if it's really necessary but it wasn't usually the case so just as the meeting ended out typically have a 15 minute coffee chart set up so basically my boss a goldman told me that i had to have coffee with everyone in my team so that's obviously took a while that's a good regel that's really cool with the amis the zwinging dich quasi zum networken and that's full also it makes absolutely sense yeah also in the bank to network you profit your life from the contacts you've got to do it even if you were a praktikant by goldman was and that's you with with five six eight leuten eingefreundet you can contact them all the time so it's a great benefit so between 4 30 and 7 30 typically the big meetings were done for the day so basically i could focus on some of the things that did require a bit more of thinking so for instance it would be things like creating an excel model template or for instance updating a model see the previous month did the market research and they needed it updated for this month to send to a client so i would do that other things like that that did actually require a bit of thinking and they did use a bit of my background in finance accounting right interessanterweise ja ich kann total verstehen warum er das macht also aus heutiger sicht kann ich die kreativste arbeit oder die intelligenteste arbeit mache ich die eigentlich morgens weil ich dann noch frisch bin und ich habe halt gemerkt dass ich da schon eher so eine morgenperson bin ja nach dem mittagessen ist schwer da bist du so im suppenkoma aber in der bank was tatsächlich anders da war ich morgens wirklich so nicht wirklich zu gebrauchen gehen die ersten calls los und solche dinge ja tatsächlich so ab 45 rum teilweise auch er genau so 45 rum geht es dann wirklich los dass du mal konzentriert arbeiten kannst du sind die ganzen meetings rum die ganzen 75.000 mails die du geschickt kriegst und so beruhigen sich dann mal langsam so ein bisschen da kannst du halt echt anfangen konzentriert zu arbeiten und tatsächlich bist du dann abends also zumindest war es bei mir so abends auch noch mal einen guten produktivitäts boost und das nimmt dann so meistens so ab ja keine ahnung 23 uhr mit der nacht so ab and then towards 7 pm you start to get your hopes up you feel like you're doing well with your project and you might be able to leave the office around 10. ja genau das gefühl immer so nach dem motto ah heute könnte ich eventuell mal ein bisschen früher gehen und dann fällt der hammer it usually wasn't the case though so between 7 30 and 8 i would typically have dinner the cafeteria would actually be closed for dinner so i actually had to go to the shopping mall right in front and that's usually where i would grab some food in the food court and i'll bring you back to the office eating in front of my desk again but this time around the markets are already closed and some of the more senior people like say the managing directors are usually gone so it's a bit more of a relaxed environment das stimmt ja ich habe häufig die schuhe ausgezogen dann als wenn die seniors raus sind und so erstmal schuhe ausgezogen und war ein bisschen entspannteres environment und dann noch ganz konzentriert deine slides oder excel sheets oder was soll immer bisschen musik auf die ohren just after dinner between say 8 and 11 30 that's when you're finishing up all your tasks that have actually been postponed throughout the day because people had asked you for favors say so it might be things like actually replying to the emails updating the powerpoint or or the excel model other things like that and that's also typically when an analyst who's really the analyst and the associates are many of people that are left after say 10 pm they're the ones that might ask you for a favor they just say hey are you busy by the way and well you have to be polite you're the intern so you just say yeah what's up and they would usually just give you some more work sometimes you can reject them but on the whole they don't really recommend it it's natürlich nicht empfehlenswert zu sagen nee sorry ich bin übelst busy ich kann kann deine sachen gerade nicht machen weil die bewerten dich am ende des praktikums und das wird dann halt entscheiden ob du später ein angebot bekommst nochmal zu kommen oder nicht ich meine im endeffekt ist das nur eine testphase ja das ganze das ganze praktikum und ja so that's also when the dream of leaving the office by 10 pm quickly fades so at around 11 30 i'll do a final round of just checking if anyone needs help with anything if i'm already finished with my work uh there's typically a couple analysts left from my group so i would ask them and for the most part they would just say go home and it's already late or something like that which was appreciated but other times they would say yeah actually uh i need this it's pressing for tomorrow can you stay around so i would obviously um at my worst i think i had to come in one day at around 6 30 in the morning and i didn't finish till around 2 30 so that was really my most uh worked day but for the most part it wasn't that but sometimes i even got to leave earlier like say around 10 right so in a normal scenario at 11 30 i would be walking back home goldman did offer a free taxi service but because i live so close by yeah that's actually in the bank auch das war immer ganz nice also 30 euro restaurant bestellung konnten wir auf bank kosten jeden abend machen und im taxi heim das ist so eine ganz gute kompensation gewesen i actually wanted to get some fresh air for once i would usually just walk back home for weekends usually on saturdays i wasn't allowed to go into the office that say gold das ist neu bei goldmann ja das also in london ist es viel so dass die praktikanten also ein bei einigen banken dürfen jetzt wochenende nicht am wochenende nicht ins büro kommen weil es da einige vorfälle gab for sundays i would usually be back at the office usually doing anything from six hours to 14 hours ja es ist immer ganz gut so am sonntag kommt man also sonntag war meistens nicht so viel los im büro also dort wo ich gearbeitet habe wo bemerkt und dann konntest du dir immer so ein paar sachen aufheben noch die du dann am sonntag oder ein bisschen vorarbeiten so für die woche wenn du weißt die woche wird ziemlich action reich und es gibt noch so ein paar sachen die du konzentriert abarbeiten musst oder vielleicht auch einfach nur dumme tats die aber zeit zeitaufwendig sind typischerweise decks drucken oder sowas und binden ja das machst du dann halt einfach ganz entspannt mit kopfhörern auf am sonntag oder so also meistens also wenn wir zum beispiel große meetings haben oder so montags wenn wir dann zum kunden gegangen sind ich habe auf dem projekt gearbeitet da waren regelmäßig 20 25 leute in den meetings ja so riesig große firma aber beziehungsweise viele beteiligte und dann noch die bänke also wir und dann musstest du für jeden wurde dann die slides die du unter der woche vorbereitet hast und jeder am wochenende noch verbessert werden musst du dann drucken ja und es war dann mal so ein 30er slide deck mal 30 ja und die müssen dann schön gebunden werden mit so einer plastik folie vorne und einem karton hinten auf schön dickes papier und so muss ja alles hochwertig sein solche dinge machst du dann idealerweise immer erst am sonntag also wenn montag das meeting ist weil und am wochenende werden sowieso nonstop änderungen noch gemacht werden so last minute änderung da macht es keinen sinn wenn du das ganze zeug schon gedruckt hast was auch schon vorgekommen ist ja schon hunderte seiten gedruckt die sind direkt in den müll gewandert weil was neu gedruckt werden musste also verbringt viel zeit mit dem drucken gerade als praktikant ja so that's a day in the life as an intern in new york city take it as a bit of a rough guide because it obviously varies depending on how much work ich meine ist es ist ein neues video ich finde es halt immer schade dass immer so viel auf die arbeitszeiten konzentriert wird als wirklich auf die inhalte ich verstehe natürlich dass jetzt über die inhalte nicht so viel sagen dürfen aber ich fand die inhalte sehr sehr nice trifft natürlich nicht auf jeden zu und das entscheidet dann halt darüber ob euch das gefällt was los ist oder nicht ich hoffe dir hat dieses reaktionsformat gefallen jede woche schauen wir uns gemeinsam live auf twitch mit der community videos zum thema finanzen an einige highlights aus anderen videos findest du hier oder hier und wenn du die zukünftigen highlights aus unseren streams nicht verpassen willst dann solltest du auf jeden fall überfluss abonnieren danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video